Yo Leute, ich bin Surfies und willkommen zu der Weltrenrunde von Five Nights at Freddy's 4. Am heutigen Tag wollen wir nochmal versuchen, Nacht 1 zu schaffen. Ja, und das Game ist natürlich der pure Horror und ich hab gar keinen Bock drauf, aber wir werden es durchziehen müssen. Und wir versuchen heute etwas länger die Türen zuzuhalten. Wie gesagt, lasst ein Like dafür mehr Five Nights at Freddy's 4 und abonniert diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Wie gesagt, schreibt mir Tipps in die Kommentare und wir werden versuchen, Nacht 1 zu schaffen. Let's go Leute! Wir drücken jetzt auf Continue. Ach nee, nicht dieser Teddy. Nacht 1, okay. Boah, ich hab schon die Steuerung vergessen. Junge, Junge, Junge. Ich spiel das nur in den Aufnahmen, Leute. So. Okay, warte. Was war Taschenlampe? Achso, STRG. Lauf mal zur Tür. Zuhalten was schrift. Okay, ich würd sagen, wir drücken X, damit wir die Tipps nicht mehr sehen können. Okay, wir können wieder alles. Das ist gut. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Ich weiß halt nicht, was wir jetzt machen müssen. Müssen wir jetzt von Anfang an Türen checken? Oder was ist der Sinn dahinter? Von Anfang an Türen checken, oder was? So, gehen wir mal nach links. Ich glaub, von Anfang an muss man nicht so lang zuhalten, oder? Oder muss ich mich direkt darauf konzentrieren? Weil die greifen durchschnittlich immer so ab 3 Uhr an. Okay, gehen wir mal nach rechts. Halt mal Tür zu. Wir haben 1 Uhr jetzt. Okay. Oh Gott, Alter. Was ist eigentlich der früheste FNAF-Tod? Gab es Leute, die am Anfang gestorben sind? Ich glaub, das geht sogar nicht in FNAF 4. So, let's go. Zack. So, hinter uns schauen. Ey, ich schau so oft hinter uns, ne? Ich hab einfach Paranoia. So, halt mal Tür zu. Und zack. Okay, bisher ist alles okay. Alles im grünen Bereich bisher. So, nach rechts. Mehr kann ich auch nicht sagen. So, man kann sich aktuell nicht beschweren. Vielleicht sollte ich mehr auf die Umgebung achten. Auf Geräusche. Aber Geräusche sind so krank, dass man nicht weiß, von wo die sind, gefühlt. Dann muss ich irgendwie raten oder so. Okay, let's go. Zack. Hm. Okay. Gehen wir mal hier hin. Wir haben es 2 Uhr nachts. Ich wurde noch nie da getötet in der Mitte. Und das soll auch so bleiben, bitte. Dankeschön. Und... Zack. Okay, noch nix. Noch haben wir nix gesehen. So, schön nach links. So, halt mal Tür zu. Und... Zack. Immer noch nix. Einfach immer noch nix. Boah, ich will keinen Jumpscare abkriegen. Bitte. Bitte keinen Jumpscare. Junge, ich hab Schiss. Von Stunde zu Stunde. In dem Game wird's immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Geisterstunde. 3 Uhr nachts. Oh Gott. Geh mal in die Mitte. Geh mal in die Mitte. Und... Zack. Mitte wurde ich bisher immer verschont, ne? Gehen wir nochmal nach links. Oh, jetzt wird's creepy, Alter. Es wird immer krasser. Und... Zack. Okay, nix. So. Junge, ich hab so Schiss. Okay. Zack, let's go. Und ich würd' sagen, wir öffnen jetzt. Immer noch nix. Krass. Hab ich was gehört? Haben wir was gehört? Ich weiß es nicht genau. Wir haben 4 Uhr. Und ich würd' sagen... Zack. Ne. Geh mir einfach nochmal in die Mitte, bitte. Und... Zack. Och nein, ich glaub, die schleichen sich rein. Geh mal nach rechts. Zack, halt zu. Alter. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ist nur ein Spiel, Leute. Ist nur ein Spiel. Ist nur ein Spiel. Ist nur ein Spiel. So. Nochmal nach links. Zack. Einfach nochmal ausfahren nach links. Wir haben 4 Uhr. Immer noch. Wie lang geht das denn? Und... Okay. Wow, da war jemand. Da war Freddy oder so. Baby Freddy oder so. Keine Ahnung wer. 5 Uhr. Und... Ich würd' sagen... Zack. Hä? Wo sind die denn? Sag jetzt nicht, ich überlebe. Halt einfach mal die Tür zu. Und... Ich würd' sagen... Ich würd' sagen... Wir gucken jetzt einfach mal nach aufs Fang. Alter. Junge, wo sind die? Ich hab' ehrlich gesagt gar keinen Bock zu überleben. Ha. Spaß. Und... Zack. Hä? Zack. Okay. Halt einfach mal links zu. Zack. Ich glaub, das ist die längste Folge bisher. Und ich würd' sagen... Zack. Hä? Als ob wir verschont werden. Wir haben überlebt. Wir haben's geschafft. 6 Uhr. Krank. Als ob... Bitte nix grob... Lissige... 4 Days Until The Party. Boah. Wo sind wir? Okay. Wo sind wir denn gelandet? Alter. Yo, moin. Gehen wir nach rechts oder links? Ich würd' sagen rechts. Okay. Over there. Was liegen da für Trümmer? Yo, Alter. Sorry, Leute. Ich kann dir nicht da viel zu sagen. So. Wow. Ey, ich hab' mich grad' wirklich krass erschrocken. Naja, Leute. Damit würd' ich sagen, das war's mit der Runde von FNAF 4. Ich hab' grad' das Spiel verlassen, weil's irgendwie weiterging und ich irgendwie nicht abbrechen konnte. Weil ich wollt' den Rest in der nächsten Runde machen, falls es eine gibt. Da steht auf jeden Fall auch unten, Continue 2. Das heißt, wir haben Nacht 1 überlebt. Ich würd' sagen, lasst ein Like da, wenn ihr unbedingt mehr sehen wollt. Wir haben endlich mal einen Erfolg in FNAF 4. Abonniert diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Checkt meinen zweiten Kanal aus. Link in der Beschreibung. Folgt mir auf Insta. Alles in der Beschreibung verlinkt. Schreibt mir weiterhin Tipps in die Kommentare. Und hab' noch einen schönen Tag. Ciao.